Stabilität ist unser Asset. Die wirtschaftliche Erholung ist leicht stärker als erwartet und erhofft. Trotz kurzfristiger Beeinträchtigungen einzelner Branchen sind die Perspektiven für die Immobilienmärkte positiv. Und die Deka Immobilienfonds stehen im Wettbewerbsvergleich aktuell gut da. Der konservative Investmentansatz in qualitativ hochwertigen Immobilien in zentralen Lagen hat sich bewährt. Neben einer attraktiven Rendite überzeugt Deka Immobilien Europa mit rund 74 Prozent für Nachhaltigkeit zertifizierte Immobilien und mit einer Wertentwicklung von 16,4 Prozent über die letzten fünf Jahre. Mit hochwertigen Zukäufen in Brüssel und Mailand rüstet sich der Fonds für eine weiterhin gute Entwicklung. Auch der Deka Immobilien Global ist mit rund 69 Prozent nachhaltigen Objekten gut aufgestellt. Aktuell überzeugt der Fonds im Wettbewerbsvergleich mit dem besten Immobilienportfolio und in der herausfordernden Zeit einer stabilen Rendite auf Jahressicht. Über die letzten fünf Jahre hinweg konnte der Fonds eine Wertentwicklung von 10,3 Prozent erzielen. Zukäufe in Vilnius und Brisbane bauen das diversifizierte Portfolio weiter aus und sorgen auch in Zukunft für Stabilität und Rentabilität. In den kommenden Monaten erwarten wir für den Immobilienmarkt in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene eine positive Entwicklung. Auf Basis der aktuellen Annahmen unserer Volkswirte gehen wir von weiterhin positiven Renditen unserer Fonds aus. Die Impulse der Geldpolitik erreichen die Immobilienmärkte und eröffnen neue Investitionschancen in hochwertige Immobilien. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Potenzial nutzen. Deka Investments. Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.